Hi Folks! Herzlich Willkommen zu einem kleinen Infovideo mit mir, mit eurem Bernie81. Und zwar steht etwas richtig, richtig Großes vor der Tür und das auch schon am Morgen. Und ja, wenn ihr keinen Bock auf Ostern habt, auf diesen ganzen Familienkram und alles was dazu gehört, dann hört mal jetzt genau zu, denn morgen ab 14 Uhr, also am Karfreitag, starten meine Freunde von Nerdstar ein 33 Stunden Oster-Livestream. Ist nicht der erste, ist eine sehr, sehr coole Sache. Alle Infos dazu findet ihr auf Nerdstar TV, auf Facebook und natürlich auf dem Twitch-Channel selber. Da, wo das Ganze dann live zu sehen ist, das verlinke ich euch mal hier unten in der Videobeschreibung. Und da solltet ihr auf jeden Fall reinschalten, definitiv. Ich werde nämlich auch da sein. Ja, ich werde da sein, wenn nicht irgendwie noch die Weltfeuer untergeht oder sonst irgendwas passiert, werde ich Samstagvormittag live bei meinen Freunden von Nerdstar TV beim 33 Stunden Oster-Livestream am Start sein. Wann genau ich da bin, das kann ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Deswegen behaltet auf jeden Fall meine Facebook-Seite im Auge. Da werde ich das dann nochmal, ja, werde ich das dann nochmal raushauen, wann genau ich da bin. Und das Allergeilste, und da freue ich mich auch jetzt schon drauf, wird es sein. In dieser mega coolen Zellertasche, die ich irgendwie in einem meiner letzten Loots hatte, ist ein Geschenk für die Jungs drinnen. Und zwar ein richtig cooles Gadget fürs Studio. Und ich bin echt mal gespannt auf deren Gesichter, wenn ich das überreiche. Ja, das war es eigentlich auch schon. Also, auf jeden Fall nicht vergessen, morgen Karfreitag ab 14 Uhr Nerdstar TV 33 Stunden Livestream einschalten. Und wie gesagt, wann genau ich dann am Samstagvormittag da bin, das könnt ihr auf meiner Facebook-Seite erfahren, ja. Danke fürs Zuschauen und teilt auf jeden Fall auch gerne diese Info mit euren Freunden, dass viele, viele Leute zuschauen. Denn, wie gesagt, die Jungs haben es einfach verdient. Also, macht's gut, ich bin raus. Wir sehen uns dann hoffentlich am Samstag. Und, wie gesagt, schaltet auf jeden Fall morgen schon ein. Es wird richtig cool und es wird richtig lustig. Und es gibt mit Sicherheit auch wieder einiges zu gewinnen. Das denke ich mal. Also, macht's gut, ich bin raus. Wir sehen uns. Ciao, ciao, euer Bernie81. Tschüss. Tschüss.